Hallo erstmal, ich bin hier beim Stand von Niemals Aufgeben, die hier schön auf ihre ALS-Krankheit aufmerksam machen und ich darf natürlich verkünden, dass die auch bei uns auf dem Königsfestival präsent sein werden, so dass jeder Gast dort auch was essen darf oder auch mitmachen darf. Jetzt habe ich hier die Ehre, so eine kleine Peperoli zu essen und schauen wir mal, wie sie schmeckt. Was ist das? Okay, also, ich nominiere unter anderem unsere Gäste vom Samstag auf dem Königsfestival, Jürgen Drews, Michelle, Michael Rauscher, die Star Salvatore y Rosario, die Schlagermafia, Victoria Selene Fischer-Dubel, die fantastischen Bier- bzw. Feierabend, nenne ich sie jetzt, sowie die Hopperfeldreiber und natürlich alle Besucher auf dem Königsfestival hier mitzumachen und eine tolle Pepperoni zu essen. Vielen Dank und schönen Abend.